Ah, da, Larry Parker, die müssen wir unbedingt mal treffen. So, aufpassen jetzt. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wir sind Elektriker, wir schaffen das irgendwie. Einen habe ich aber gerade hier ausgeschaut. Ja, ich habe die zwei anderen. Verprügelt. Gib uns die Waffentechnik. Hör auf, hör auf. Bitte, hör doch zu. WN hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple-Top-Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und... Scheiße, was ich meine. Showtime! Das gibt was. Auch klar, da kommst du nicht durch. So ein kleiner Schrank kann das so einen fette Tonnen-Schweren-Truck aufhalten. Ja, ne, ist klar. Was zu stellen jetzt hier? Wir randalen einfach ein bisschen. Klettern. Ich hab gehört, wir müssen irgendwo klettern. Achso. Ich glaub, ich will diesen Kletterhaken. Warte mal, das ist immer noch zu hoch. Hey, berück dich. Berück dich. Unten ein Sniper, ne? Ja, wo? Gott sieht die Fallschirme. Warum bist du jetzt grad? Ich hab's erstört. Nein, einen von fünf. Oh fuck, Alter. Ja, du schaffst das schon, Chris. Ich such die Scharfschützen. Ich hab's einzerstörte, ich bin schon fertig. Ja, ich hab keine Lust mehr. Es beginnt doch erst der richtige Spaß. Alles politisch. Hier, Larry. Ich komme und gehe jetzt zur Halt. Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Habt ein bisschen geduldig. Ich hab erst vor 20 Minuten gelesen. Was hat er gelernt? Alter, ich kletter jetzt grad in den Helikopter rein. Alter. Du schlägst dich super. Ich mag dich der Fütti. Ich mag... Alter. Ich flieg grad mit Larry. Nein. Omo, die muss zu dir kommen. Boah. Komm zu mir. Alter. Oh, Gott sei Dank. Der Typ hätte mich von dir entfernt, ey. Ich hab grad irgendwie voll den Soundbuck. Hast du den auch gehabt? Ich hab grad voll den Soundbuck. Alter, was ist das denn? Alter, endlich ist es weg, ey. Ich hatte... Nein, ist es wieder da. Was ist das? Jetzt höre ich es auch. Der Mixer. Was ist das? Was ist denn die Aufgabe? Was ist denn unsere Aufgabe jetzt? Die haben wir schon... Die haben wir abgeschossen. Ich weiß... Du hast es auch die ganze Zeit, ne? Äh, komm her, komm her zu dem einen. Nein, nein, das ist nicht mehr der Typ. Das ist eine neue Mission. Der Redner, vielleicht geht ihr weg. Okay, Sidekick. Phasos numero dos. Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Du musst erkennen, dass die... Das solltest du eigentlich auf die Bösen richten. Oh, verstehe. Ich ziehe dich mal auf den Typen. Super. Also, wie ich sagte, du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar, Kundschafter, die uns studieren und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Super. Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Proben der Außerirdischen. Klar, Kornkreis. Du kannst dir nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Alter, okay. Äh, jetzt erstmal... ...spieler starten, weil das ist ja ekelhaft. Was soll das? Okay, pausieren mal kurz. Okay, merkwürdig, aber das Geräusch ist jetzt weg. Okay. Darauf trink ich erstmal ein. Achso! Was ist auch so? Achso, ja, ja, die Kornkreise. Aliens! Oh, die Plexuren, die laden. Was ist das Schaf, oder was? Ne, Trutteine. Das sind Türkis. Oh, umbringend. Vater hat man entdeckt, wie wohl wie. Wieso ist das entdeckt? Achso! Ich habe ihn zweimal getroffen. Dreimal getroffen, viermal getroffen, fünfmal getroffen, jetzt muss ich nachladen. Das sind etwa Gegner. Ja, klar. So, fünfmal getroffen, er stirbt nicht. Siebenmal, achtmal, neunmal. Neunmal, jetzt muss ich wieder nachladen. Das ist Bigfoot. Jo, er ist tot nach 20 Schüssen. Ja, ich habe ja auch ein paar abgegeben, ne? Ja, ja, das ist nicht normal. Ich habe schon mitgezählt. Einer ist da oben bei der Crea, ey. Ah, so, jetzt weiß ich, wie ich da hochkomme. Dum, 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 dum. Ein bisschen tricky. Jetzt wird nur noch eins. Wo, 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 wo. Ich wurde von der Art da angegriffen. Wo? Alter. Okay. Cool. Die machen so Sturzblock auf mich. Die wollen nicht essen. Was? Das ist zu viel, oder? Ja, wie kann man zu viel nochmal zünden? Achso, gut. Jo, weiter. Gut gemacht, Deputy. Du hast der Sektor einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du hast sie regelrecht kastriert. Ja. Wer steht nicht auf Kastration? Ähm. Ich glaube, wir können jetzt den Typen nachher ausfordern, ne? Deine Taten haben kommt. Ja, ja, klar. Wir haben uns selbst voll. Ich habe deine Freunde hier in Fortzend versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen. Rieslich sind sie auch nur deinetwegen hier. Das ist deine letzte Chance. Ja, zu sagen. Okay, wollen wir töten? Ja. Wir haben alle Waffen nach. Achso, wir müssen Susi in die Kirche. Ich glaube, passiert eh nichts. Erstmal. Da ist keiner drin. Hallo. Da rentnt eine Frau. Okay, ich habe euch die Garten alle gefangen genommen worden. Dann kann ich was reingehen. Okay, gleich. Ist das bei? Ja. Das soll gar nichts erwarten, oh mein Gott. Idiot. Halt still. Ich möchte je Zaun schreiben. Nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Ey, sie schafft das, ne? Denn verbergen wir unsere Sünde. Verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Achso, unsere Leute sind da, oder? Ja. Nur zwei. Drei. Drei. Drei, okay. Und bringen wir den Berg zum Propheten. Warum sind die Männer Oberkörper frei? Unsere Leute sind Lappen. Und hier ist schon. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entschöhnung leichter. Ich dachte, es wäre eine bestimmte Bibel jetzt. Mit der Waffe drin, oder? Wir sind viel versammelt und zu bezeugen. Du elendes Schwein! Doch, doch, das ist sie. Was ist das? Versuchen wir es nochmal. Da unten ist... Achso, die Barkeeperin. Nein, nein. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt zu bezeugen. Achso, ist mit der Person drin, meinst du? Glaube ich. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Ryd, eine Hand auf das Wort von Joseph. Komm! Legst du, Nick Ryd, eine Hand auf das Wort von Joseph. Oh mein Gott. Ich finde das was Daryl-mäßiges an sich. Nick! Ja, ich tue Woters. Junge, nimm die Waffe! What? Alter, wie offensichtlich der uns Hinweise gibt, der Pfarrer, und wir sind einfach so doof, das zu erkennen. Der zeigt die ganze Zeit uns das Buch. Achso. Legst du Deputy deiner Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja! Es ist nur ein Wort. Ja, Motherfucker. Ja, Motherfucker. Jawoll, Action! Das ist unser Volver-Ding zusammen? Nein. Erst Hilfe, Erst Hilfe, Erst Hilfe! Erst Hilfe, Erst Hilfe! Los, Deputy! Los, Deputy! Okay. Sie fährt. Oh nein! Ja, Fahr! Mädel! Jo! Rechte Seite! Schieß auf die Laster! Äh... Hinter uns! Mach dir Platz! Hinter uns! Hinter uns! Ich kann das Ziel sehen! Da kommen noch mehr! Ich kann sie nicht abschütteln! Achtung! Flugzeug! Und von oben! Schieß auf das Flugzeug! Fällt diese Flugzeuge auf! Ich werde hier durchwächern! Ich werde hier durchwächern! Uns kleben Säge in der Mars! Weiter so, Deputy! Habe Sichtkontakt! Habe Sichtkontakt! Habe abgeworfen! Sieh sie ab, dann sind sie tot! Ich kann nicht nach vorne schießen irgendwie, ne? Hinter uns! Was sind da aus? Flugzeuge hinter uns, Flugzeuge! Ja! Ja! Da kann ich aber nicht wirklich was machen! Oh doch! Kein Schocker! Ja okay! Ist das down? Blackhawk down! Blackhawk! Ist down! Ja ja ja! Jetzt gibt es schon sehr gewünscht da! Ach! Ich trete den Rückzug an! Was ist das da? Ich halte mich ein! Direkt vor uns! Vor uns! Gehst du Falkö, . Das ist Давай! Das ist John Siebtflieger! He outkommt! Danke! Das verdammte passiertίνedeCheck timestamp querer und ihn nach! Jetzt flieg ich aber! Jetzt flieg ich aber! Ja klar! Du fliegst customization. Warum soll ich fliegen? Oder willst du schießen! Okay, ich schieße! nur du fliegst ich glaube nicht, du mit fliegen so kommt mir der motherfucker nicht davon ich kann fliegen, wenn nötig sag Bescheid ah, Junge flieg doch ich kann schon jetzt fahren ach, Bremsen Junge, ich fliege nein, nein, schon gut nein, ich fliege ok steig ein ist das eine Pistole? ja, die geht zum Cockpit ich pisse auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein äh, ja ach so, das du Hurensohn so, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja, Tantra Budes Amtsstart die Achterwanne geht so ab die Spänze mit der Gänse ja, wir haben die Pimmelköpfe oh my god oh my god oh my god oh my god Vielen Dank.